Glück auf Schalke und herzlich willkommen zum Vorbericht Schalke 04 gegen Hansa Rostock, das letzte Heimspiel der Saison 23-24, die sich langsam, so ehrlich müssen wir sein, endlich dem Ende zuneigt, um 13 Uhr in der Felddienstarena und was soll ich sagen, wir sind gerettet, Halleluja, wir haben es endlich hinter uns, das Zittern, dass irgendwas noch passiert, momentan Schalke auf Platz 11 mit 2 Siegen, 3 Unentschieden, keine Niederlage, man hat 40 Punkte, man kann rechnerisch auch nicht mehr absteigen, man könnte sogar noch ein klein bisschen nach oben rutschen, damit es ein bisschen besser aussieht, wir haben jetzt insgesamt 51 Tore geschossen, 57 kassiert, was immer noch nicht schön ist, so ehrlich müssen wir auch sein, unter der Woche natürlich dieses super wichtige 4 zu 0 gegen Osnabrück, wo wir auf der einen Seite Osnabrück abgeschossen haben und runtergeschossen haben und gleichzeitig bei uns alles sichergestellt haben, dass nichts mehr passieren kann, Auf der anderen Seite haben wir Hansa Rostock, die sind auf Platz 7, ein Sieg, 4 Niederlagen, letzte Woche dieses 1 zu 2 gegen den KSC, man hat zur Halbzeit 1 zu 0 geführt, kommt dann raus, spielt gar nicht mehr, da hätte man durchaus Punkte holen können, mit 31 Punkten bist du momentan auf Platz 17, hast einen Punkt Rückstand, auf Platz Nummer 16 mit Wien Wiesbaden, die 32 haben und mittlerweile auch schon 4 Punkte Rückstand auf Braunschweig, die auf 15 sind, also das direkt rettende Ufer, das könnte echt schwierig werden, So fair muss man sein, das könnte knapp werden, ich tippe mal, es wird sich am Ende zwischen Wien Wiesbaden und Hansa Rostock entscheiden, wer direkt absteigt oder wer eventuell dann noch in die Relegation kommt, muss man dazu sagen, mit 28 geschossenen Toren bei 53 kassierten Toren hat man nun mal auch die wenigsten Tore im Zusammenspiel mit Osnabrück, die ebenfalls 28 Tore haben, als Beispiel, Wien Wiesbaden hat immerhin 35 geschossen, erinnern wir uns an das Hinspiel, da war das Ganze ja etwas überschattet teilweise von ein paar Fanaktionen, aber da geben wir dann später noch drauf ein, wir haben 0 zu 2 auswärts gewonnen durch die Tore von Idris, Sion Karaman, die in der zweiten Halbzeit beide getroffen haben, das war ja eins der mittlerweile jetzt drei Auswärtsspiele, die wir gewonnen haben, gut, wenn 33% davon ein Geisterspiel ist, ist schon mal nicht ganz so geil, ehrlicherweise, das letzte Heimspiel, das war im März 2022, das war dieses total verrückte 3 zu 4 für Hansa Rostock, wo man viermal in Rückstand geraten ist, trotz einem Hattrick von Simon Terrode, der da irgendwie immer wieder ausgeglichen hat, am Ende hat man dann doch mit 3 zu 4 verloren, muss man aber dazu sagen, die Gesamtstatistik, die sieht eigentlich gar nicht schlecht für uns aus, es gab das Spiel insgesamt 27 Mal, davon 12 Siege für uns, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen, ist also relativ ausgeglichen, aber noch mit der Tendenz positiv für uns, müssen wir auf die Heim- und Aussätztabelle natürlich schauen, bei Schalke sieht das in der Heimtabelle gar nicht schlecht aus, mittlerweile Platz 7, man hat 8 Siege, 4 Unentschieden und nur in Anführungszeichen 4 Niederlagen, man hat das also wirklich stabilisiert, insbesondere Heim, besonders wenn wir halt wissen, mittlerweile Platz 16 in der Aussätztabelle für uns, da sehen wir schon ein deutliches Gefälle und wenn ich mir auch die letzten Ergebnisse und die letzten Spiele so angucke, wie man Heim gespielt hat, dann war das schon noch eine andere Nummer, Hansa Rostock auswärts, Platz 17, 3 Siege, 2 Unentschieden, 11 Niederlagen, einzig Osnabrück ist da noch schlechter, aber da ist also immer wieder mal das Ganze problematisch, Schalke wird in Blau auflaufen, Hansa Rostock dann wahrscheinlich dementsprechend in Weiß, gehe ich mal stark davon aus, bei uns werden natürlich diverse Leute fehlen. In Cedric Bunda kann ich mir einfach nicht vorstellen, klar der ist wieder im Training, ich glaube aber nicht, dass er spielen wird, des weiteren natürlichen Leo Greimel beim Ralle Fährmann gehe ich auch nicht davon aus, dass der auf der Bank sitzen wird, wir haben die üblichen U23 Boys, das bedeutet Baumgartel und Drexler, die werden beide nicht mehr spielen, bei Baumgartel bestätigt Drexler, sehe ich ehrlicherweise kein Bedürfnis nach, den jetzt nochmal wieder hochzuziehen, haben wir natürlich die beiden, die länger verletzt sind, das ist Derry John Merkin auf der einen Seite und auf der anderen Seite Brandon Soppy, der halt kein Spiel mehr für uns machen wird. Schauen wir uns aber jetzt noch so ein bisschen Hansa Rostock an, weil das ist natürlich ganz spannend, weil die sind einfach ganz unten drin. Und das sah eigentlich nicht immer so aus. Also so am Anfang der Saison gab es so ein paar Spiele, wo ich dachte, joa, das könnte gar nicht schlecht sein, das könnten die relativ sicher machen, man hatte da gute Spiele unter Alois Schwarz und das sah nicht immer ganz verkehrt aus, doch dann wurde das Ganze immer schlechter und Alois Schwarz wurde dann auch nach unserem Spiel entlassen, das bedeutet nach dem 0 zu 2 aus Hansa Rostocker Sicht wurde er von seinem Amt entlassen, man hatte dann eine Übergangsphase mit einem Trainer über ein Spiel und dann kam eben Selim Begovic, der vorher beim Jahn trainiert hat und den ich durchaus für einen guten Trainer halte. Muss ich schon sagen, halte ich durchaus für einen guten Trainer, in den letzten Wochen weiß ich jedoch nur nicht, was er macht. Weil Hansa Rostock bekommt es in der Regel eigentlich nicht hin, über zwei Halbzeiten gut zu spielen, sondern meistens immer nur eine. Ich weiß nicht warum, aber man bekommt meistens nur eine Halbzeit hin, wie zum Beispiel auch letzte Woche, wo man die ersten 45 Minuten richtig gut gespielt hat, hat man richtig stark gemacht, ein KSC, eine Mannschaft, die auch ja längere Zeit noch um den Ausstieg mitgespielt hat, richtig gut in Schach gehalten hat. Man kommt aus der Halbzeit raus und man denkt sich, was ist das denn jetzt hier für eine Mannschaft? Und da spielt natürlich ehrlicherweise auch die Offensivkraft so ein bisschen mit einem 28 Tore, ich habe es bereits erwähnt, mit Osnabrück, die sind 18. und bereits abgestiegen. Die schlechteste Offensive, wenn man, also meiner Meinung nach, wenn man weniger Tore gemacht hat als Spieltage, ja, eine Torquote unter 1 ist schon immer schwierig. Und das sehen wir dann auch, wenn wir die Namen lesen, das ist nämlich Pereira, Pröger und Brumado, die jeweils vier Tore geschossen haben und damit auf Platz 1 in der Torschützenliste. Ja, drei Leute mit jeweils vier Toren. Wo ist dieser eine Spieler? Der eine Spieler, der auch im Zweifel zweistellig netzt, der geht Hansa komplett flöten und das ist eben das große Problem. Okay, schauen wir uns noch die Anreise an, da müssen wir natürlich so ein bisschen auf Schalker Seiten schauen, denn momentan sind noch nicht alle Informationen raus. Wir können aber durchaus davon ausgehen, dass diverse Einschränkungen gelten werden. Wir wissen ja, Hansa, Rostock, Schalke im Hinspiel, das gab so ein bisschen Terz mit so einer kaputten Plexiglasscheibe und gewissen Ausschreitungen. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen ins Detail, weil Geschichte, aber wir können durchaus damit rechnen, dass die Hansa-Fans so die ein oder andere Rache geplant haben. Das ist zumindest mal nicht unrealistisch und dementsprechend wird es wahrscheinlich diverse Einschränkungen geben, was den Eintritt auch für gewisse Bereiche angeht. Dort also unbedingt auf Schalker Seiten schauen und frühzeitig da sein, damit ihr auch alle ganz in Spannung gut in eurem Blog kommt. Und dementsprechend vielleicht auch, wenn es geht, für euch die App runterladen zum Bezahlen, weil sonst steht ihr da an. Da steht ihr an ohne Ende, ladet euch auf Pokerfloor runter, das geht relativ einfach, dass ihr vorher eintragt, jo, mein Kennzeichen, alles klar, starten, wupp und dann wieder enden. Und dann zahlt ihr die 5 Euro, wenn ihr halt nach 2 Stunden vor Anpfiff da seid. Dementsprechend könnt ihr euch das da möglichst einfach machen. Schauen wir uns natürlich jetzt noch die Aufstellung an. Ja gut, ich meine, wir haben Dienstag erst gespielt, dementsprechend wird es wahrscheinlich nicht die großartigen Veränderungen geben. Klar, man kann in der Theorie ein bisschen mehr rotieren, man kann gewissen Spielern dann auch mal ein bisschen Pause geben und das wird es bei mir auch geben. Wir fangen aber hinten wie immer an. Marius Müller wird spielen, dann wird es von links nach rechts Obejan, Kalas, beziehungsweise Kaminski, Kalas, Kalas, Kaminski, wie auch immer ihr es nehmen wollt. Und dann van der Sloot auf der rechten Seite, der es ja durchaus gut gemacht hat gegen, insofern muss man auch sein, recht schlechtes Osnabrück. Danach in dieser Viererraute und da wird auch die einzige Veränderung für mich sein, haben wir natürlich wie immer Schallenberg, Kabadahy und auch Paul Seguin. Allerdings glaube und hoffe ich, dass Gena Karaman mal ein bisschen Ruhe bekommt, dass er mal ein bisschen entspannen kann, vielleicht nur von der Bank kommt für den Fall, ehrlicherweise, dass er auch im Sommer den Verein verlässt, dass er nochmal einen Abschied bekommt, auch im Zweifel. Ich glaube aber, dass da jetzt mal Uedraogo spielen kann, denn Karaman, wie gesagt, der hat einfach gewisse Probleme, schon seit Wochen, Monaten und dementsprechend dem einfach mal Ruhe zu gönnen. Und außerdem würde ich auch super gerne Assan Uedraogo auf dieser 10er Position, die ja eigentlich so seine Lieblingsposition ist, sehen. Und vorne dann natürlich Top und Terrode. Terrode in seinem letzten Spiel auf Schalke. Ja, dass der gesetzt ist, ist glaube ich ganz logisch. Ich hoffe sehr, dass er dann irgendwann nach 70 Minuten oder sowas seinen Abschied aus der Arena bekommt. Klar, ist nicht das letzte Spiel in Fürth, wird er dann auch nochmal spielen. Aber trotzdem, zumindest in der Arena, soll er nochmal seinen großen Applaus bekommen. Es war nicht die beste Saison von ihm, aber hey, der Mann ist trotzdem eine absolute lebende Legende auf Schalke. Ich hoffe, dass wir den in anderer Form noch irgendwie länger im Verein sehen werden. Daneben dann natürlich Kirke Job. Die beiden, ja, die gehören einfach zusammen da vorne. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier nochmal das letzte Spiel heim in dieser etwas verkorksten Saison irgendwie gut über die Bühne bringen können. Und damit uns möglichst gut aus dieser Saison heim verabschieden können. Jetzt schreib mir deinen Tipp gerne in die Kommentare. Was tippst du, wie geht das Spiel aus? Bist du in der Arena oder wo schaust du das Spiel? Schreib mir alles unten rein. Und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Video.